Dieser Audi Q5 steht hier zum Verkauf. Die schwarze Limousine hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 99.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2009. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Einparkhilfe, Partikelfilter, Sportpaket und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine Leistung von 170 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017